Zeit der Wölfin Wir haben den Steinmenschen, diesen Mayas, einen schweren Schlag versetzt. Jetzt rennen sie wieder dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Das heißt, diejenigen von ihnen, die überhaupt noch rennen können. Sie haben sich jedoch tapfer und listenreich geschlagen und uns mehr Schaden zugefügt, als wir erwartet hatten. Die Wunden müssen schnell heilen und die Schwerter bald wieder gewetzt sein, denn es ist uns zu Ohren gekommen, dass ganz in der Nähe Römer gesichtet wurden. Es wird nicht mehr lange dauern, bevor sie uns entdecken und angreifen werden. In ihren Träumen werden unsere Priester immer wieder vom großen Bären aufgesucht. Er zieht ruhelos durch die Wälder unserer Ahnen, als ob er Schutz vor einem schrecklichen Sturm suchte. Nie zuvor waren die Visionen unserer Priester so erschreckend. Nie zuvor versperrte ihnen ein so dichter Nebel den Blick auf den Willen der Götter. Wir dürfen jetzt nicht zaudern. Die römische Wölfin liegt auf der Lauer. aquele ver pictures hat, dass die Schwerter hat im Wohnen der Götter. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020